Willkommen bei Feature bis Infinity, blablabla, heute mit Benni und Leila, die nicht da ist. Nein! Verdammt! Verdammt! So wird das... Ich habe erst ein Kühlding schon fertig, ne? Ne, das hier muss ich irgendwie ändern, sieht kacke aus. Ich glaube in das AKW-Gebäude kommt man nur durch einen speziellen Gang rein, mache ich dann. Benni. Ah ok. Weil es ist ja nuklear, sonst kommen hier solche Terroristen wie Afghanen. Musikkotchen. 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 hey du verwirrst mich ein bisschen briske 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 der traumfänger fängt deine träume du wirst nie wieder gut träumen er fängt meine guten träume und nicht meine schlechte was hast du eigentlich hier draußen jetzt gebaut nichts ja kannst du mal eine wiese machen guck mal hier hast du eine wiese dein terroröl geht aus bernie ja das ist jetzt nicht mehr drin das ist eigentlich auch nicht so sei nicht hier relevant weil ich so viele schwellen ab es ist ich habe zu viele stellen ich bin schon ich wollte es nicht ich baue das auch nicht was lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala oh ist das ein ich hab ihn gar nicht in hell ok Oh ne, wette Endermänner haben meine Blöcke geklaut vom AKW. Solche Hunde! Ruff, ruff. Die haben meine Blöcke geklaut. Mann, das sind richtige Polen, Alter. Ach ja. Das sind so richtige Polacken. Ja. Polacken. Ja. Kurwa, kurwa. Ich hab'n Grasblock. Woher? Ich hab'n Grasblock. Ei, 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 du bist so ein Schlingel, du. Woher hab'n Grasblock her? Lele. Erstmal einbrennen gelernt. Brauchst du Grasblöcke? Ich hab' Glasblöcke. Gras. Ja, ja, ich hab' die. Ja. Mal gucken, ob die Hexe zu Hause ist. Nein, ist sie nicht schade. Wo ist die Hexe? Wieso, was wolltest du machen? Ich wollt' sie ansprechen. Auf ihren, auf ihren Pickel. Oh, das kannst du richtig gut, ne? Ja. Was? Ach, hier ist das schon fertig. Da-da-da-da. It's the motherfucking D-Double-G. Snoop Dogg. Warte mal, ist das das perfekte Maße? Warte, jetzt guck ich da noch. Huch, da ist ja der AKW. Doch. Lol. Lol. Alter, wie viele Monster hier unten sind. Gras. Benni? Benni? Ja? Warum bist du so leise? Ui, das war knapp. Ich dachte, du sagst Benni, Benni, weil, äh, das Ende kommt. Aber, dann war was nicht so. Du hattest einfach zum Spaß, Benni gesagt. Ah, alter, keiner, nächster Deal. Hm, Kraftstoff. Bereit, Fahrt. 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 Du kannst schon fahren, wenn du willst, ne? Ja, so, ich drücken. Nein, noch nicht, warte mal. Okay, Moment. Auf welcher Höhe ist das Ding hier? Okay, ist okay. Auf 63, oha, noch einen tiefer. Also noch zwei tiefer. Yeay. Choo-choo. Choo-choo-choo-choo-choo. Wuhu. Dein Ernst. Oh mein Gott, scheiße. Guck dir die Kacke an. Hast du das gesehen? Krass, alter, krass. Was? Siehst du das nicht? Pass, guck, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Krass, oh mein Gott. Krass. Ich will mitfahren. Moment, Moment, Moment. Ich halte es kurz an und dann steige ich auch rein. Warte kurz. Oh, falsche AKW. Ich geh immer in die falschen Liga drin. Das hier muss doch um zwei tiefer. Oh mein Gott, wollen wir das mal machen? Mann. So Tunnel bauen und dann alles so mit Maschinen direkt so. Kann ich kessen? Nein, kann ich. Warte mal so, das zeig ich rein. Gib Vollgas. Wie Vollgas. Geil. Ist Vollgas? Ja. Es sind viele Vergonstungen. Du musst keine Angst haben. Wir fahren nicht in die Wand. Also sollten wir nicht. Normalerweise würden wir jetzt normal wieder zurückkehren. Da vorne kommt eine Kurve. Oh mein Gott. Hast du das gesehen, wie knapp das war? Ach Mist, ich kann es mal kurz bremsen. Mach das mir eigentlich Schaden? Ja. Leil. Wie kann die Schiene hier fliegen? Das ist eine extra Schiene. Sind wir hier gerade rübergefahren? Ja. Loil, nochmal. Nein. Nein. Komm, fallen wir einfach ans Ende. Gib Vollgas. Ich baue mal. Alter, wie schnell. Oh mein Gott. Ah, hier ist es an der Zug. Wann ist Ende? Warte mal. Bald. Der Zug, ja. Wie, tschi, tschi. Achso. Ja, bald. Wieso geht das hier so lange geradeaus? Kann man das doch schneller machen? Äh, ja, nein. Nur weniger Waggons. Da kannst du die letzten drei abhacken. Oder die letzten vier. Was ist der? Der nach dem leeren Waggon? Nichts, weil der hat Sachen drin. Alter, geht das lang? Aha, das ist erst... Voll langsam, der Zug. Ja, es ist noch... Railcraft, Railcraft. Wo ist das? Wo ist die Railcraft? Ich finde ja Railcraft nicht, Benni. Also, ich muss mich verarschen. Ja, Railcraft. So. Da muss doch irgendwo eine schnelleren Zug geben, oder? Äh... Vielleicht Elektro, aber, ja. Bin mir nicht sicher. Ist eben nicht so, wie das andere. MFE-Waggon, lol. Ja. Kombiniert mit Elektro. Oh, der andere Zug-Mod, der war am geilsten. Alter, wird nicht geupdatet. Wie lange fahr ich noch? Nicht so lange. Äh, ist die Genie da hinten schon ausgebaut? Ist alles ausgebaut. Das ist aber noch mehr als vorher. Ah, jetzt kann ich schön WhatsApp gucken, und der Zug fährt weiter. Ja, so fühlst du dich an Lock4. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Oh mein Gott, Kurve! Drosseln, Tempo drosseln. Langsam, 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 langsam. Und Gas geben! Oh Gott, Sniper, Creeper, Attentäter! Oh Gott, ich hab deinen Namen gesehen, kurz. Glaub. Ist das eine fliegende Schiene? Nö. Nein, da hab ich noch keine gemacht. Chuchu! Ich mach da mal fliegende Schiene hin. Tschuchu! Du musst so ein ganzes Schienensystem bauen. Das kann ich noch machen. Ich mach die letzten zwei Minuten nichts mehr. Einfach hier rumfahren. Äh, die zwei ist nicht unterm Haus. Der Zug hat es richtig schwer hochzufahren, Benni. Ja. Benni, der bleibt stehen. Was? Der Zug bleibt stehen. Gib Vollgas. Ja, hab ich. Ja. Guck mal, du hast da noch alles dran, schon klar. Ja, aber hier ist kein Kraftstoff mehr drin. Aha. Tu mal so einen Block rein. Also solange noch Dampf ist, dann ist okay. Ich mach mal Holz rein hier. Bläh. Guck mal, wie langsam der ist. Wir müssten hier Booster Rails hoch machen. Nee, nee. Das ist nur kürzere Züge, dann geht es schneller. Ja. Oder Booster Rails. Und jetzt? Wow. Ich kann dann auch alles ersetzen durch Hochgeschwindigkeits- Schienen. und dann Booster Rails über hin tun, dann bist du voll schnell. Doppelt so schnell oder so. Wie wann du jetzt. Gib mal Vollgas. Okay. Yeah. Achterbahn. Kein Lust mehr. Ah, ich hab hier Kohle. Und der Damp-Lock. Railcraft. Was gibt's hier noch in Railcraft? Solche geilen Schienen, ne? Steuerschiene. Schienenkreuz. Pfeifenschienen. Ah, das ist jetzt fertig wirklich. Benni, wir brauchen ne Pfeifenschiene. Was? Ah, ja, ja. Immer am Kraftwerk. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Hm. Benni, wir haben... Toll. Entsorgungsschiene. Was willst du eigentlich mit dem ganzen Ding machen da? Benni? Hä? Was hast du eigentlich mit dem Zugmotor vor? Bin mir gar nicht sicher, weil dieser Zugmotor ist es eben nicht so... Also ich kann da schon Tankwaggon, kann da immer Wasser nachfüllen, nicht erfüllen. Kann da Strom transportieren, ich kann da Kürbiswaggon, hä süß, sonst gibt's sowas. Ja. Ja. Ähm, ja. Und sonst persönliche Ankerwaggon, dann noch Tunnelbohrer. Aber so... Es bringt eigentlich nichts groß. Gar nicht so. Ja. Ah, ich sag gar nicht so. Also der TNT-Waggon, Arbeitswaggon. Benni, Benni, die Folge ist jetzt zu Ende. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen, Hans. Ja, bis zum nächsten Folge. Ja. Ich fahr da mal nach Hause. Bin auch gleich zu Hause, seht ihr auf der Map. Tschüss. Tschüss. Ich fahr da mal nach. Ja.